Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Etwas anderes, ein bisschen spezieller, etwas anderes halt. Ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel und im Thumbnail und so, aber heute geht es mal darum, wieso das Samstags und heute eigentlich kein richtiges Video kommt. Samstag kam ja gar keins. Das liegt daran, ihr seht hier den Gaming kaputt, das habe ich hier bei meinen Aufnahmen. Da habe ich Real Life, da sind die ganzen Vlogsachen drin und Gaming, das ist jetzt hier der Neue. Genau das ist jetzt diese Aufnahme, die jetzt gerade läuft. Und hier Gaming kaputt. Und wenn ich hier drauf gehen will, kann ich das, beschädigt oder nicht, lesbar, ich kann nicht darauf zugreifen. Und auch wenn ich hier auf eingeschaffen gehe, ist hier schreibgeschützt, aber wenn ich das wegmache und übernehmen gehe, dann klappt das zwar. Wenn ich jetzt aber wieder hier drauf gehe, ist es einfach wieder da. Und auch bei der Sicherheit, eigentlich habe ich hier, wie ihr seht, voll Zugriff, aber es geht halt nicht. Es geht halt nicht. Und ich sehe auch hier 0 Bytes. Das heißt, es ist nichts mehr im Ordner. Alles ist gelöscht. Und es wäre ja nicht so schlimm, weil dort war jetzt nur irgendwie noch eine Aufnahme von King of Retail. Da habe ich aber fast nichts gemacht. Von daher war es nicht so schlimm, waren auch nur zwei Tage. Das Problem ist aber, ich habe mit Red irgendwie 10 Folgen Minecraft Valhalla vorproduziert. Und die sind jetzt alle weg. Das heißt, ich müsste Minecraft Valhalla in Zukunft erstmal bei Red weiterschauen und nicht bei mir. Aber naja, ich sehe es auch hier, es sind irgendwie keine Dateien mehr drin. Also ist sowieso alles gelöscht. Von daher, das Problem ist auch, guck mal, wenn ich jetzt hier auf Löschen gehe, es passiert einfach nichts. Es geht halt einfach nicht. Und ich verstehe nicht, wieso. So, naja, das ganze Problem hatte ich aber schon mal, dass ich aber hier auf das ganze Laufwerk hier, ihr seht ihr, gar keinen Zugriff mehr hatte. Aus irgendeinem Grund konnte ich das aber ändern. Aber hier geht das halt einfach nicht mehr. Also, ich verstehe es halt nicht, ne. Ist es jetzt nur noch dieser Ordner, der da ist, da kann ich auch irgendwie nicht mehr zugreifen. Die anderen sind alle, habe ich alle problemlos öffnen können und so halt, war kein Problem. Aber keine Ahnung, der hier hat einfach gar keinen Bock. Und ich verstehe nicht, wieso. Aber, naja, das ist nur die kurze Impfung. Und ich weiß, das ist jetzt heute halt ein bisschen ein beschissenes Video, auch eher kurz. Aber, was will ich denn machen, Alter? Ich kann ja nicht einfach, ich kann ja nicht einfach, äh, also, ich werde halt jetzt einfach dann wieder für Dienst, äh, äh, nicht heute ist Dienstag gelohnt. Ich werde halt jetzt einfach wieder für Freitag aufnehmen und schneiden. Aber, naja, was will ich denn machen, wenn der macht die Aufnahmen erstmal, als alle weg sind? Ist halt scheiße jetzt auch, dass kein Minecraft Rollhalle mehr bei mir kommt, bis wir wieder aufnehmen. Beziehungsweise bis Red auch wieder so weit ist, dass es dann wieder synchron ist, sag ich mal. Ja, ist halt einfach scheiße. Aber ich wollte es euch, das einfach mal mitteilen, dass vielleicht auch, wenn in Zukunft mal spontan kein Video kommt, dass es vielleicht auch an etwas, so etwas liegt. Aber, es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall, werde wahrscheinlich heute dafür ein Stream kommen, heute Abend. Letzte Woche war es sowieso komplett, komplett Chaos. Weil, meine Schwester hatte noch Geburtstag, hatten wir gefühlt, irgendwie jeden Tag Besuch, Alter. Dann konnte ich irgendwie auch nur Montags und Mittwoch streamen, äh, und, genau, Video kam halt nicht samstags. Wie gesagt, ich hoffe, das nimmt jetzt wieder mal so ein bisschen ab, wenn alles wieder so etwas normaler wird, sag ich mal. Ja, ich hoffe, wenn es euch trotzdem gefällt, lasst doch ein Like. Aber da schaut heute Abend beim Stream vorbei, ist ja wahrscheinlich auf Twitch. Also, es ist auf Twitch, aber vielleicht kommt kein Stream, so. Ja, ansonsten kommt sicherlich morgen ein Stream, übermorgen und dann freitags wieder ein Video. Ich hoffe, das passiert nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.